er und hier sind wir wieder bei japan ist jetzt leicht in der torby aber beide fallen sie gleich runter was für eine schönes synchron springen wunderschön und gleich kommt der doppelte salto mit schraube da haben wir ihn sehen wunderschöne ausführungen hier auch sehr synchron gehalten und jetzt oh das ist sehr nacheinander Philipp muss erst sehr spät folgen das ist unglaublich Wahnsinn und jetzt sehen wir wieder torby ein wunderschönen machen aber die schraube hat mir gefehlt muss ich zugeben deswegen nur drei von fünf punkten aber das war schon sehr sehr gut aus und torby jetzt was macht er jetzt er muss noch einen sprung absolvieren und da macht er ihn sehr schön eskalation wird auf lasst Frieden walten das ist ja nein fach sind wir hergekommen nein wer macht das ist kein abgang nein scheiße ich hätte es fast geschafft okay er hat ihn noch mal auf ja ich will bloß an tobi runter heute mit hätte es ist das spät bei tino nein ja weil endlich das war ein alter alter wie kann denn der dann die runterfallen ja nein aber das knapp tobi wir machen einfach unentschieden tot war jetzt wenigstens selbstmord er was alter was der in gerissen nächste bloß weil er verloren hat konnte nie ertragen jetzt wurde ausfallen wie lange wollen wir eigentlich noch aufnehmen dass wir das ja geschafft haben man wird die mips brauche cobi gibt mal auf nein die noch geschafft ist wahrscheinlich wenn hast du darfst uns nie hauen ich fliege da wieder hin er hat mich im kräfte von drunter gehauen würde ich auch mal sagen ich habe sie sind die sprunger sie echt als diese nein da war noch ein Block über mir kacke na ach nee wie viele checkpoints sind in erinnern oder ich schaffte oder diese diese die halt ich hatte auch diese ging überbrückung stehen muss sprinten und dann an der kante springen er sagt uns halt wie bei einem normalen sprung eigentlich ich bin jetzt so hoch tobi gebaut eindeutig findet schon zweimal aufgegeben wenn man schon mal ein paar fragen überlegen hier ok ja und ob philipp und ob antin über unsere privaten ausschweifung hier ein präger ausschweif hier kann ruhig sein ach ja mein hut der hat fünf ecken das wird nichts ein Fakt ist doch kacke er ist schon wieder gestorben durch einen ruhigen Runde mann wie kann man nicht mehr herzlich willkommen zu unserer live Sportübertragung er hat eine Minute mit torbi und philipp die nichts drauf haben du hast doch schlecht wie ihr Gamer angehabt ja ja also cheater ja genau wir sind doch drüber geflogen ein deutliches ja und hier sind wir wieder bei jump noob philipp ist jetzt leicht hinter torbi aber beide fallen sie gleich runter was für eine schön ist es synchron springen wunderschön und gleich kommt der doppelte salto mit schraube da haben wir ihn sehen wunderschöne ausführungen hier auch sehr synchron gehalten und jetzt oder das ist sehr nacheinander Philipp muss erst sehr spät folgen das ist unglaublich wahnsinn und jetzt sehen wir wieder torbi einen wunderschönen sprung machen aber die schraube hat mir gefehlt muss ich zugeben deswegen nur drei von fünf punkten aber das war schon sehr sehr gut aus und torbi jetzt was macht er jetzt er muss noch ein Sprung absolvieren und da machte ihn sehr schön bei den bestehler abzulegen das Thema wir gelassen 1 2 3 und der vierte zählten in 5 500 mit einem Prozent block im Kopf 4 9 4 mit einem Block im Kopf das hat er da muss ich dir zustimmen uns und schon wieder das schöne sind kräftig hier auch und wird nur Lallela sehr schön weiter da war wieder das ist wirklich das Beste wenn wir die Säulen zu tun dass ich sie erlebt habe in meinem ganzen Leben nein verpüßt sich Prozent Prozent komm zu mir komm hier zu Papa komm hier komm 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 ne oh philip oh philip das jetzt sind schon ziemlich scheiße 960 960 960 ey das erklärt hier in dem Wasser sind Tittenfische gespawnt hey das war auch schon mal so ne geil wow wo man die Map zersprengt haben da ja kann sein das ist toll im Hintergrund redet irgendjemand da wollte ich nur mal noch nebenbei anmerken ne bestimmt beim jonas er ist beim jonas und ich hab schon wieder geschafft ich bin schon mal gefallen und Tobi ach das ist doch dieses aber wie viel sind denn das das sind insgesamt vier mit Dingen im Kopf vier aber dazwischen ist einer zum chillen auch mit Leiter hey ich hab immer zum Beispiel schon mal die Hälfte hab ich davon schon geschafft Philipp du hast du einfach so durchrennen du wirst versagen nein machst nicht mein und jetzt sehen wir Tobi beim versagen zu oh die Baume spricht immer hoch verstehe ich nicht aber das hat gerade dann springst du eindeutig zu spät ab aber das würde eigentlich nichts ändern du musst eigentlich noch weiter nach vorn drücken da landst du da drauf guck ne weiß nicht weil ich land da nicht drauf ja da musst du eher springen wie es aussieht nein oh Mensch ihr seid solche Versager was ich mach mit Tobi gib mal auf ich geb mir scheiß auf ich geb mir scheiß auf ich geb mir scheiß auf das ist der Fick den ich drauf geb und jetzt Tobi jetzt schauen wir uns immer zu hier das wird so Wahnsinn und er fällt ab jetzt diese Spannung nein 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 oh nein oh 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 Philipp ein Sprung geschafft Ohr einem Stück sogar Philipp nicht schlecht Heike Verstückten Tobi 2 Uhr einem Stück sehr gut und keinem Stück das war ein Sprung her das war aber den hast du ja nie geschafft auch für das du nur noch nicht auch für Tobi du nur nachher zu mach doch noch mal für die Zuschauer ne ich hab das ja schon zweimal gemacht oh Gott scheiße ist zweimal gemacht im Game-Outer zweimal gemacht ja das bringt mir aber nichts wenn ich ehrlich spiele jetzt jetzt habe ich ja sowieso schon gebracht also es würde mir nichts bringen die Zuschauer sehen ja wenn ich fliege maaaann alter das ist doch kacke immer oh wenn Tino so langweilig warum schafft ihr das denn nie weil die so kacke über Kopfschule gekauft sind das kotzt mich jetzt an Alter ich mach ja in eine Minute eine Minute brauche für so'n scheiß Jump'n Run Teil und hier braucht dann die restliche halbe Stunde lass uns doch oh Gott geh lieber deinen Hoden suchen Alter nie lange ja es hat nämlich ein Exos gedreht so'n Scherz aaaaah ihr könnt nichts das muss ich jetzt einfach mal so feststellen wir sind nicht für solche Maps geschaffen oh Tobi zwei am Stück sehr gut oh drei am Stück vier am Stück ich schaffe es immer aber dann diese über Kopfschule nicht das kacke Alter ich brauche jetzt Ding ich versteck meine Ehre Philipp braucht mit zu singen also ich kann Philipp ich brauche Philipp nicht mal trollen weil er ja auch so schlecht ist hihihi 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 na ich geh mal wieder bisschen in meinen Browser ihr seht ja dann wenn es hier einer schafft ich glaube das sieht aber noch nicht so aus hier überkopfsprünge alter bitte 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 ich kann ja nichts anderes sagen außer so wie ich dir gesagt habe wollen das geist gesagt doch alter muss so abspringen wie bei einem normalen springen da musst du sein sprinten und einfach spät abspringen was ihr seid so gut das muss ich schon mal sagen ja ja ich tue gerade zur musik geil rappen kommt die musik der menschen auch im video klar oder tom hat schon wieder ein zweites video plan der hammer was ergibt er auch die schuld daran dass er in der fieber part weg ist nein er hat gesagt er gibt mir nicht die schuld daran aber die war dann nicht drauf alter ich schwöre alter ich schwöre ich schwöre ich höre so dies dass mich maß dies hier ich schwöre auf leben ich schwöre auf das buch nein das buch ist mein leben also langsam müsst ihr das mal schaffen hier ja also bis zu den überkopfsprüngen kommt man ja manchmal dann habe ich immer in das ich schaffe ich komme dann immerhin lasst euch zeit danke jonas warum ist das so einfach und hin jetzt habe ich einmal nicht geschafft ich habe die idee das ist einfach zu einfach für uns topi klar wieder mathe test philipp das ist einfach zu schwer für dich stimmt ja okay ich bin kein streber in seiner mutter habe ich erlebt da bin ich da bin ich kein streber streber außerdem lerne ich kaum jetzt habe ich gar nicht die zeit dazu ich habe gar keine zeit zum land ich muss so viel für euch aufnehmen meine ganzen meetings und so also das ist der wahnsinn philip jetzt wirst du es aber leider verkacken es ist so eine genugtuung wenn man es wenn du es verkackst das ist warum man ich bin eigentlich gar nicht schlecht in jump and run was das kriegt mich an den einstellungen ja ich habe selber bis zu den überkopfsprüngen eigentlich aber gerade bis verreckt gerade bin ich einfach nur dumm gewesen hat den guru wie ist er bei jetzt bei wird nein ich war drin in dem loch da war ich schon richtig ich habe vergessen schiff zu drücken so so ist doch okay oder bin ich auch der meinung kann ich nämlich mittlerweile ein bisschen was im browser machen während die nudeln da alles verkacken beim ersten sprung übrigens das ist schon ziemlich scheiße muss ich zugeben habe ich schon mal gesagt dass ihr schlecht seid noch nie oft genug oh mein gott steht die ganze zeit